Also ich sagte ja schon am Anfang, das Buch beschreibt die dunkelsten, aber auch die hellsten Momente in deinem Leben. Aber jetzt möchte ich jetzt einfach mal einen radikalen Wechsel machen. Und eine der schlimmsten Geschichten ist, wie du deine Frau Nora kennengelernt hast. Sie ist ja für seine Gnade der Geigerin. Ihr kennt euch nämlich schon sehr lange, seit Kindertagen. Was habt ihr zusammen erlebt oder wie seid ihr zusammen aufgewachsen? Und dann ist ja aus der Freundschaft, ich gehe weiter, ist ja dann ein bisschen mehr geworden. Also am Anfang war das ohne das andere und dann war es plötzlich... Meinst du das, Knut? Ja, meine Frau war 10 und ich war 15 und ich war Konzertmeister eines Jugendorchesters. Und sie kam mit ihrer Mama in die Probe rein und die Mama sagte, Guck mal, der erste Geiger, der sieht ganz schön schnieker aus. Und damit war die Trägung geschehen. Nora kann ja nichts dafür, die Mama ist schuld. Und dann war sie, also sie sagt von sich, wir haben, ich habe bis heute alle Briefchen, die sie mir geschrieben hat, war es in sie geschehen. Sie war verliebt und dann waren wir viele, viele Jahre wie Bruder und Schwester. Selbes Gymnasium besucht, Studium besucht und so weiter und so fort. Und irgendwann waren wir zum Tanzen verabredet, kamen sie über die Straße und es passierte erneut, wie bei der Geiger, ein biochemischer Prozess. Und dann war es noch nicht geschehen und dann ist es wie mit draußen und einer Nacht. Aber es ist ja auch nicht so einfach, wenn man dann sagt, okay, es ist schwierig aus einer langen Freundschaft, also wo es ein oder andere, wo man dann dieser biochemische Prozess dann irgendwie einsetzt. Weil wenn es dann doch nicht hält, gefährdet man ja auch eine wirklich gute Freundschaft. Das stimmt, das war uns beiden bewusst. Und wir haben echt geüberlegt, ob wir das eingehen oder nicht eingehen. Wir sind es eingegangen, haben heute zwei Kinder, 14 und 11, die sind toll. Und wir sind zusammen auf der Bühne oder einer hinter der Bühne und von der Bühne und zelebrieren ein Leben, was ein bisschen märchenhaft ist. Aber ihr hattet, und das ist eine sehr witzige Geschichte, auch sehr lange Freundschaft, sondern dann der Bund, der Ehe werden und Tenden, Standesamt. Doch es sollte alles andere als leicht sein. Und vielleicht kannst du diese kleine Szene nochmal vorlesen, wie so eine Standesamtsszene sich plötzlich durchaus schwierig werden kann. Wie schwierig wird, wenn man einen Kudrowitzki heiraten würde. Genau, das geht. So. Die Standesbeamte, also da war ich tausend und tausendmal berührt, war alles schon passiert und alles, schon jahrelang und so. Die Standesbeamtin warf einen langen Blick auf meine sowjetische, inkorderische Schrift ausgestellte Geburtsurkunde, dann auf meine Personalpapiere und schüttelte bedauernd den Kopf. Also, mit denen Unterlagen war, kann ich sie nicht trauen. Den unerhörten Hintergrund und Ehehintergrund, Hintergrund, sah sie in der Tatsache, dass mein Familienname, Kudrowitzki, bei unserer seinerzeitigen Einbürgerung, nicht nachdem ins Deutsche übersetzt geschrieben worden sei. Da war er wieder mein komplizierter Nachname. Mein Einwand, das ich unter diesem Namen mit eben jener Schreibweise inzwischen eine Schauspielkarriere gemacht hatte und in allen Vor- und Abspenden sowie den Archiven dazu, als Len Kudrowitzki geführt wurde, beeindruckte sie überhaupt nicht. Ausgangslos alle Unterlagen für die Eheschließung hätten diengerecht zu sein. Am Ende war ich selbst einfach nicht diengerecht. Und während wir einigermaßen rat- und wortlos vor der Sachbearbeiterin saßen, fiel mir eine kleine Episode ein. Vor Jahren hatte ich einen Auftritt bei einer Modenschau gehabt. Dabei führte ich einen Anzug über den Laufsteg, blieb in der Mitte stehen und spielte ein gefälliges Stück auf der Geige. Die Mitarbeiter eines deutschen Fernsehsenders hatten meinen Namen offenbar durch Zuruf in Erfahrung gebracht und hielten ihn wohl für ein besonders abgefahrenes Künstlersynonym. Jedenfalls war mein Laufstegauftritt im Fernsehen von der Unterzeile Len mit einem N Cola Whisky begleitet. Ob ich der Beamtin diese Schreibweise anbieten sollte? Meine Kinder würden es mir gewiss eh nicht danken. Andererseits erschien mir die Damen in dieser Situation nicht humorvoll genug. Außerdem war Nora den Tränen nahe, also ließ ich Cola Whisky lieber stecken. Die Angelegenheit wurde noch eine Weile hin und her diskutiert. Dann sah die Dame auf die Uhr. Wissen Sie was? Sie haben Glück wahr. Ich muss jetzt zu einem Kineinwurz-Dach. Der Stempel sauste auf unser Fungelang. Loha und ich konnten unser Glück kaum fassen. Noch heute wünschen wir dem Kind, das damals Geburtstag feierte, allen Segen dieser Erde. In der Verwaltung, das kann mir überall passieren. Ja, genau. Ich möchte, da wir in Leipzig sind, noch eine Geschichte, die ich vorher enthalten, die ich sehr schön fand. Du solltest hier im Gewandhausorchester spielen, für einen Zweck und so weiter, aber auch da war deine Frau der rettend Engel. Vielleicht kannst du das kurz selbst erzählen. Nein, das war, ja, das ist eine super Geschichte. Danke, dass du darauf verbinden warst. Und zwar, ich habe Vikings gedreht anderthalb Jahre und am letzten Drehtag, weil Sieg ist, also meine Figur ist die eines Prinzen und der hat einen Siegestanz und dann komme ich in der Drehpause raus und mein Kollege, der Alex Herb Hansen, schmeißt mir einen Rugby-Ball einfach so in der Pause zu und ich denke, yeah, das ist voll geil und will ihn so fangen und es macht so, pam! Und es tat weh. Wir drehten das zu Ende, den Tanz und so und abends haben sie mich ins Krankenhaus gefahren und dann habe ich dann so ein Röntgenbild bekommen und der Arzt sagte, ja, also ihr Finger ist gebrochen. Er war hier oben weggebrochen, die Halterung der Sehne und ich sollte zwei Wochen später den Leipziger Opernball modellieren zum dritten Mal und dachte, ach du Scheiße, ist das jetzt alles vorbei? Und die Moldau und überhaupt und der Saal, das ist alles so eine tolle Atmosphäre und Leipzig und ich wollte Geigen spielen mit dem Gewandhausorchester und man, man, fuck! und dann bin ich dann hin und habe ich die verantwortlich angerufen und gesagt, du, du moderierst einfach nur und mit dem Geigen, naja, kommst du irgendwann mal wieder in zehn Jahren? Dann bin ich auf die Bühne und dann habe ich dem Publikum gesagt, Leute, ich kann heute nicht Geige spielen. Der ist gebrochen und ich hatte ja auch so eine schwarze Hülle drüber gestillt, da habe ich ganz pervers gezeigt, und die lachen mich alle aus und das ist wirklich so, ich wollte eigentlich euch die Moldau spielen und ich will die jetzt aber nicht aufgeben und ich werde die jetzt spielen und habe meine Frau, die die Konzertmeisterin von unserem Burn & Show Orchestra ist, sagt, Nora, kommst du mal vor, ich habe jetzt eine Idee, wir müssen das jetzt probieren und dann ist sie vorgekommen, leicht blass, oh Gott, was hat der schon wieder vor, sagt, du kannst die Moldau und ich kann die Moldau und es reicht doch zusammen eigentlich nur eine Geige, ich nehme den Bogen und du nimmst den Klangkörper und dann haben wir die Moldau auf einer Geige gespielt und waren ein Herz und eine Sicht. Ich habe ein Foto gesehen und ich muss sagen, es gibt kaum ein schöneres Bild eines harmonischen Paares wie dieses, also ich glaube, es gibt auf YouTube, also ich habe keinen Scheißerzähler, es gibt auf YouTube das Video dazu. Du hast uns die Geige ja mitgebracht, wir würden uns sehr freuen, wenn du uns an sich der jüdischen Lebenswelt und uns vielleicht noch eine jüdische Weise vorspielen. Sehr gerne. Ja, weil wir sind ja heute alle zusammengekommen bei über tolle Inhalte, Bücher, Musik, was auch immer, und deswegen gibt es jetzt ein jüdisches Lebenslied. Einmal